so ein neuer tag ein neues glück wie ich versprochen hatte habe ich jetzt meine liste zusammengestellt für einen tag und schauen wir mal ob das ausreicht für mich also zum frühstück und ja etwa etwa zwei tassen müsli das sind schon mal 578 kilokalorien und dann ein bisschen milchpulver natürlich muss ich anrühren so müsli ohne milch ist jetzt ein bisschen eklig und und man nimmt ja auch nicht unbedingt frische milch mit das wären aber dann nochmal 128 kilokalorien dann total vernachlässigbar aber einfach nur um später den platz mit einzubrechnen nehme ich schwarzen tee mit also ob man nun schwarzen tee nimmt oder kaffee die haben beide zwischen 0 und 1 kilo kalorien das ist total komplett vernachlässigbar ich bin kein so riesiger kaffee fan aber irgendwas warmes brauche ich doch am morgen und ich meine über den tag verteilt jetzt zum mittagessen und abendbrot wird mir vielleicht auch ein thema je nachdem wie viel zeit halt besteht und wenn es kein tee sein kann dann tut es auch einfaches wasser für mich absolut kein problem mit so dann nehmen wir an es wird zeit zum mittagessen da würde ich mir wenn man kochen kann halt wie gesagt wir gehen jetzt mal von einem szenario aus wo man feuer machen kann weil das auch die orte sind die ich normalerweise aufsuche also wo es entweder erlaubt ist oder wo zwischendurch dann halt feuerstellen sind oder wo ich die erlaubnis habe von anwohnern was nicht ganz so hundertprozentig legal wäre in deutschland hier aber schon zum größten teil also nicht anwohnern eher den besitzern von von den waldstücken dann dazu natürlich irgend so ein knorr mix oder welche firma auch immer es ist völlig egal die sind alle so ziemlich im gleichen rahmen und ab jetzt mal bolognese soße mix genommen weil das die meisten gern mögen ich meine da würde ich natürlich nicht jeden tag bolognese soße essen wollen sondern da kommt dann halt abwechslung mit rein kommt dann halt mal eine carbonara mit rein und ja hauptsache man hat am ende halt irgendwas um die spaghetti erträglicher zu machen und zu den spaghetti das ist auch nur ein beispiel wir kommen gleich noch dazu warum ich spaghetti ausgerechnet genommen habe nimmt man halt dann stattdessen irgendwas anderes abends bin ich persönlich normalerweise ehrlich gesagt gar nicht so hungrig wie man erwarten sollte es sei denn wir haben jetzt den tag verbracht irgendwie mit fischen oder sowas und man freut sich auf so richtig gutes richtig gutes mal aber im normalfall wie gesagt haben komme ich mit ziemlich wenig aus und das hat auch einen grund zu dem kommen wir ganz am ende und zwar ein bisschen beef jerky reicht mir da normalerweise und dann dazu irgendeine müsli bar oder wenn ihr es energiereich haben wollt und schokolade mögt ich mag schokolade nicht besonders gern und dann empfehle ich snickers zum beispiel das ist eine echte kalorienbombe also es schlägt sich dann noch mal ordentlich nieder hier okay dann für unterwegs und ich habe es jetzt mal snacks unter snacks gepackt tatsache ist diese erdnusstüten und normalerweise nehme ich die von everyone aber wie gesagt auch da wieder gesalzene geröstete erdnüsse peanuts im normalfall so der unterschied ist sehr sehr gering aber wenn man jetzt unterwegs ist ist es für mich zumindest sehr wichtig dass ich immer was zu knabbern habe so während man geht halt einfach das heißt das kommt nicht mal in meinen rucksack beziehungsweise die von denen eine tüte sind so etwa 300 gramm und die habe ich meistens in meiner jacken tasche oder in meiner westen tasche jedenfalls irgendwo wo ich sehe direkt durch direkt reingreifen kann und kann mir zwischendurch eine hand voll einfach so in den mund schieben und das ist eigentlich ideal also man kann halt während man unterwegs ist schiebt man sich halt irgendwie kurz was rein und das müssen nicht unbedingt geröstet geröstete erdnüsse sein also jede form eigentlich von von nüssen ist sehr 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 kalorienhaltig und ideal eigentlich über den tag zu kommen also das ist meiner ansicht nach ist das eine ganz gute wahl also nüsse dabei zu haben um sie zwischendurch zu knuspern wer keine nüsse mag mein gott ja es gibt alternativen nimmt man halt ein paar mehr müsli bars oder sowas mit oder worauf auch wo nach einem auch immer der sinn steht okay jetzt sehen wir okay dass das hier ist das was ich mitnehme also das würde jetzt schon reichen wenn wir jetzt mal hier unten gucken das ist jetzt der tagesbedarf und das sind 2956 kalorien und sieht auch die anderen bereiche sind gut abgedeckt und carbs und proteine sind etwas höher tatsächlich sollte ich an den proteinen noch ein bisschen arbeiten aber kommen wir gleich noch mal zu so wenn man jetzt aber guckt habe ich bisher wenn ich das jetzt mal 7 nehme weil wir wollen ja eine woche unterwegs sein habe ich bisher 4,5 kilo etwa verplant vom raum her wenn ich das so geistig durch den kopf gehen lasse passt das alles locker meine seitentasche absolut locker gut um noch mal zu gucken auf den energieumsatz da habe ich jetzt mal so gerechnet ich bin 1,77 groß ich wiege im moment 85 kilo ich bin 44 jahre alt und nehmen wir mal an bei seiner natur normalerweise 7 bis 8 stunden schlaf das ist realistisch sitzend kaum aktiv das ist so abends am feuer und morgens nach dem aufstehen sitzend gehen und stehen das ist eher so arbeit ist eigentlich der normalere tagesverlauf hauptsächlich stehend gehen man könnte meinen das ist fast dasselbe ich habe da jetzt mal mit rein berechnet einfach dass es dass das ist unterschiedlich anstrengend ist sondern kommen immer mal irgendwelche komplikationen und anstrengenderen parts wo man vielleicht ein bisschen klettern muss oder wo man ein bisschen oder sehr viel bergauf geht oder durch relativ dichtes gestrüpp geht und das so in etwa würde ich sagen ist ein typischer tag dann ist man so bei 24 stunden und man sieht also mein kalorienverbrauch nach dem harris bennison wäre 2853 kilokalorien für so einen tag und hier könnt ihr jetzt schon rumspielen und könntet gucken hey was wäre wenn ich jetzt halt nicht so viel gehe und eigentlich mehr im lager rum sitze oder fische und und sowas dann geht auch der kalorien bedarf runter also das könnt ihr euch dann also könnt könnt ihr euch ja noch mal selbst ausrechnen dann hier so also mein kalorienbedarf wäre gut gedeckt für einen tag da ist auch ein bisschen luftraum hier nach oben und wenn ich jetzt gucke wie gesagt 4,4 kilogramm 4,4,5 kilogramm das ist natürlich gut denn ursprünglich hatte ja eingeplant ich möchte 5 bis 6 kilogramm an essen an nahrung mitnehmen das heißt jetzt habe ich noch ein bisschen raum und tatsächlich auch gewicht dass ich verteilen kann um mir noch mehr comfort food mitzunehmen irgendwelche sachen die halt einfach lecker findet die noch platz haben und noch ins gewicht reinpassen das ist immer auch relativ wichtig also zum beispiel man möchte nicht jeden tag spaghetti essen nimmt man vielleicht auch noch mal reis oder couscous mit statt spaghetti oder zusätzlich zu den spaghetti dann kann man sich nämlich abends mit dem beef jerky so eine kleine leckere reissuppe machen und natürlich vielleicht immer noch ein paar gewürze mit halt also kleinkram der irgendwo noch mit reingehört und zeug was halt lang haltbar ist oder für die ersten zwei tage nimmt man vielleicht sogar brot mit zum frühstücken weil das hält sich ja auch ein bisschen und ja so in etwa wird es aussehen und dann würde ich sagen gehe ich das mal einkaufen dann schauen wir ob ich richtig gerechnet habe und auf alles auch wirklich rein passt